Jetzt die Schlacht Nummer 78, ein Skoda, und zwar ist das ein Ziel. Und so, ein Messer. Später nicht so dank, glaube ich. Moment mal. So, da ist der Kabi. So, jetzt kommt der Motor unter Berlin, mit der Schlacht Nummer 3 und Zanz. Die Schlacht Nummer 29. Und jetzt kommt der Motorrad. Und jetzt kommt der Motorrad. Und jetzt kommt der Motorrad. mit seinem 3.50 km ein 2.50 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 km Baujahr 1968 30 PS das ist viel wir wissen ein 1.50 km zwei Tag vor das ist ein 9.00 km aber nicht für uns ans waren ja die 6.50 km gewonnen in den 60er Jahren heute gute Fahrt wünsche ich noch mit dem dieser Ventura-Maschine gute Fahrt wünsche ich dir bitte bis Schollein bis Schollein das sehen wir uns auf jeden Fall so 30 30 30 mit dieser Nerva 30 30 mit der 30 sind in den 30 bis in den 30 30 die rechten Die Frau und Christina Cianilla, die sind da wirklich schön guten Vorgang einlegen und los geht's. Wir sind im Zeitverzug, wo du mir gerade gesagt hast, ich muss mich ein bisschen kürzer lassen. Jetzt kommt ein Spruder, ich dachte mal 83, gefahren von Michael und Angela Kickelowski.